Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Christian Fuchs begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Mediensysteme und Medienorganisationen an der Universität Paderborn, hat umfangreich im Bereich der Critical Media Studies publiziert und ist Herausgeber des Journals CCC, Communication, Capitalism and Critique. Das Interview mit Christian, das ist während eines Aufenthalts in Paderborn entstanden, wo ich dankenswerterweise kürzlich im Rahmen einer Ringvorlesung des Instituts für Medienwissenschaften eingeladen war, über das Podcasten als Forschungspraxis zu sprechen. An dieser Stelle herzliche Grüße an die VeranstalterInnen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung und es hat mich sehr gefreut. Eine kleine Anmerkung gibt es noch. Ich habe Christian erst kurz vor dem Gespräch dann persönlich kennengelernt, vorher hatten wir nur E-Mail-Kontakt und wir sind dann eigentlich direkt beim Du gelandet. Meine Notizen hatte ich wiederum aber so formuliert, dass darin noch das Sie verwendet worden ist und das hat zu der Situation geführt, dass ich jetzt in dem Interview, was ihr gleich hören werdet, zwischen Du und Sie hin und her springe. Am Anfang duze ich Christian eben, weil wir ja gerade beim Du angelangt waren und weil ich später mich dann aber auf Basis meiner Notizen der vorher entworfenen Fragen bediene, ist darin noch das Sie enthalten. Und so gibt es da so einen komischen Mix, bei dem ich offensichtlich es nicht gut genug geschafft habe, in der Situation dann die Fragen auf das Du umzuformulieren. Insofern wundert euch nicht, es gibt da jetzt so ein bisschen ein leichtes Hin und Her zwischen Du und Sie. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Laurin und Saskia als UnterstützerInnen auf Patreon begrüßen und Karl, Georg und Fabian für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge Future Histories mit Christian Fuchs zu digitalem Kapitalismus. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Christian, du beschäftigst dich viel mit digitalem Kapitalismus. Vielleicht können wir zum Einstieg mal klären, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Was zeichnet den digitalen Kapitalismus gegenüber anderen Kapitalismen aus, so dass dieses Präfix digital auch analytisch Sinn macht und in welchem Verhältnis steht der digitale Kapitalismus wiederum zu anderen Kapitalismen beziehungsweise dann auch zum Kapitalismus als Ganzen? Ja, also wenn wir von digitalem Kapitalismus sprechen, dann hat das ja zwei Aspekte, digital und Kapitalismus. Und ich denke, also das nächste Mal digital in der Literatur gibt es, und in der Theorie-Debatte gibt es natürlich viele Ansichten dazu, was jetzt das Digitale auszeichnet, ja, die digitale Kommunikation und Interaktion. Meiner Meinung nach sind zwei Eigenschaften der Digitalisierung zentral. Das erste ist, dass der Computer eine Universalmaschine ist, und das zweite ist, dass der Computer und der vernetzte Computer zur Konvergenz von sozialen Beziehungen und Rollen in der Gesellschaft führt. Ja, also Computer als Universalmaschine, ja, der Computer ist eben nicht nur Informations- und Kommunikationstechnologie, das ist er auch, aber er ist auch ein Produktionsmittel, ja, zur Produktion nicht nur von Bedeutungen und Inhalten, ja, wie bei der Kommunikation, sondern er ist auch ein Arbeitsmittel zur Produktion von Informationen, digitalen Inhalten und so weiter. Ja, also wenn Raymond Williams ja davon spricht, Means of Communication is Means of Production, dann weist es eigentlich darauf hin, ja, wenn ich das auf den Computer anwende, dass der Computer nicht nur Kommunikationsmittel ist, ja, sondern Kommunikationsmittel und Produktionsmittel zugleich, ja, und daher, wenn wir jetzt das Internet betrachten, ja, haben wir es halt nicht nur zu tun mit dem Konsum von Information, sondern auch mit der Produktion von Information, und dadurch ist ja auch diese Figur des Prosumenten entstanden, also Konsumentinnen von Information als Produzentinnen von Information, was wieder zu Diskussionen über digitale Arbeit und so weiter geführt hat, und Arbeit findet immer in Klassenverhältnissen statt, das heißt, es kommt innerhalb des digitalen Kapitalismus auch zu einer Veränderung der Klassenverhältnisse, ja, es sind neue Formen der Ausbautung digitaler Arbeit entstanden und so weiter. Zweite Eigenschaft, die Konvergenz, ja, also ich denke, dass der vernetzte Computer und das Internet zu einer Konvergenz von Phänomenen geführt haben, die traditionell eher getrennt waren. Das eine habe ich ja schon erwähnt, das Verhältnis von Produktion und Konsum verschwimmt stärker, also es ist sowas entstanden wie Prosumption, aber auch das Verhältnis zwischen Arbeit und Spiel, ja, es ist Spielarbeit entstanden, Playbar, Playlabor, auf Englisch kann man das ein bisschen besser ausdrücken, das Verhältnis zwischen öffentlich und privat ist verschwommen, das Verhältnis zwischen dem Zuhause und dem Büro, also jetzt gerade während der Corona-Pandemie haben wir sehr viel vom Homeoffice gesprochen, und viele andere traditionelle Kategorien. Also ich denke, da gibt es Veränderungen, die durch die Digitalisierung vermittelt sind, also nicht verursacht, aber vermittelt. Also all diese Veränderungen, wie sich die Arbeitswelt und so weiter verändert, hat natürlich schon mit den Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft zu tun und auch mit Krisen des Kapitalismus seit den 70er Jahren. Und die Digitalisierung hat sich halt nicht zufällig dann durchgesetzt, sondern auch als ein Mittel, mit dem versucht wurde, diese Krise zu überwinden, indem der Kapitalismus globaler wurde, indem das entstanden ist, was David Harvey ein flexibles Akkumulationsregime des Kapitalismus nennt und so weiter. Da tut sich jetzt aber die Frage auf, was ist überhaupt Kapitalismus? Also wollen wir digitalen Kapitalismus definieren und verstehen, brauchen wir ja auch einen Begriff davon, was Kapitalismus ist. Und hier sehe ich in der Literatur eigentlich drei Ansätze und ich vertrete einen davon. Es gibt einen kulturalistischen Ansatz im Verständnis des Kapitalismus, einen ökonomistischen und einen gesellschaftswissenschaftlichen. Also der kulturalistische Ansatz versteht Kapitalismus als eine Form der Kultur. Also es sind halt teilweise so postmoderne Ansätze, zum Beispiel um die Zeitschrift Theory, Culture and Society herum, Autoren wie Amin Esch oder Nigel Thrift, der das Buch Knowing Capitalism geschrieben hat. Also eigentlich versteht man da den Kapitalismus als Kultur. Ja, es hat mit Lebensformen zu tun, es hat mit Weltanschauungen zu tun. Und man sagt jetzt nicht nur, dass es kulturelle Aspekte des Kapitalismus gibt, so wie Ideologie als eine Aspekte des Kapitalismus, sondern eigentlich reduziert man fast den Kapitalismus auf Kultur irgendwie und sagt, Kapitalismus ist immer ziemlich vollständig Kultur. Und das ist nicht mein Ansatz, also den sehe ich kritisch. Der zweite Ansatz ist ein ökonomistischer, wo der Kapitalismus als Wirtschaftsform verstanden wird. Also in meinem Buch über den digitalen Kapitalismus, ja, gibt es so ein Einleitungskapitel, da setze ich mich mit so einigen Definitionen auseinander und drei Beispiele sind jetzt die Definitionen, also für einen ökonomistischen Ansatz sind die Definitionen des Kapitalismus von Max Weber, von Wermers Sombart und von Josef Schumpeter. Und wir haben eigentlich gemeinsam, dass sie sagen, Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem es um Profitmaximierung einerseits geht, bei Schumpeter auch um die kreative Zerstörung durch das Entrepreneurship und bei Max Weber, der betont, dass eine rationale Kosten-Nutzen-Kalkulation durch kapitalistische Unternehmen stattfindet. Das ist natürlich nicht falsch irgendwie, aber ich denke, es gibt eben einen Zusammenhang von Wirtschaft und Gesellschaft und der dritte Ansatz, ja, geht über den Kulturalismus und Ökonomismus hinaus und versteht den Kapitalismus als Gesellschaftsformation, ja. Und dieser Begriff der Gesellschaftsformation wurde halt von Marx geprägt und manche würden jetzt meinen, Marx hat den Kapitalismus rein ökonomisch verstanden, aber ich denke, dass er eben Kapitalismus einerseits als Wirtschaftsform versteht, ja, also als ökonomische Formation, andererseits aber darüber hinausgehend auch als Gesellschaftsformation, ja, wodurch sich natürlich die Frage stellt, wie sind Wirtschaft und das Nichtwirtschaftliche miteinander verbunden, ja, aber ein gesellschaftswissenschaftlicher Ansatz sieht eben den Kapitalismus nicht nur als Wirtschaftsform, nicht nur als Kulturform, sondern als Gesellschaftsformation. So wie ich das, und das ist jetzt mein eigener Ansatz, Kapitalismus als Gesellschaftsformation, da denke ich jetzt, solche Ansätze gibt es auch in der heutigen Gesellschaftstheorie, also zum Beispiel Wolfgang Streck und Nancy Fraser betonen auch, den Kapitalismus sollte man als Gesellschaftsform verstehen, ja. Und bei Nancy Fraser ist das eigentlich ganz gut jetzt dargestellt, in ihrem neuesten Buch über den Allesfresser-Kapitalismus, ja, wo sie sagt, ja, Kapitalismus ist mehr als Wirtschaft, hat Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft. Bei ihr ist das aber eher so eine Multifaktorenanalyse, also da gibt es viele Phänomene, die nebeneinander existieren, und sie sagt, all das gemeinsam ist Kapitalismus. Ich denke, die Wirtschaft hat schon einen speziellen Aspekt im Kapitalismus, einerseits in der Form von, oder in der Gesellschaft, ja, einerseits in der Form von sozialer Produktion, denke ich, ist ein Phänomen, das wir in der Wirtschaft und außerhalb der Wirtschaft finden, ja, also es werden ständig Strukturen produziert und reproduziert, und was aber die Logik des Kapitalismus betrifft, denke ich, die Akkumulationslogik ist ganz zentral, also das Anhäufen von immer mehr Geld in der Wirtschaft und Macht in anderen Verhältnissen. Also wenn ich eine kurze Definition von Kapitalismus geben würde, würde ich sagen, das ist eine Gesellschaftsformation, in der die Logik der Akkumulation Wirtschaft und das Nichtwirtschaftliche prägt. Und diese Logik der Akkumulation kommt zunächst mal aus der Wirtschaft, spielt aber auch in Politik, Kultur und anderen Sphären der Gesellschaft eine Rolle. Aber dort nimmt sie sozusagen emergente Eigenschaften an, also so eine relative Autonomie. Akkumulation in der Politik funktioniert anders als Akkumulation in der Wirtschaft, ja. Trotzdem geht es sozusagen um eine konkurrenzorientierte Herangehensweise, die in der kapitalistischen Wirtschaft dazu führt, dass Unternehmen strukturell gezwungen sind, Geldkapital akkumulieren zu müssen. In der kapitalistischen Politik geht es um die Anhäufung, die Akkumulation von Entscheidungsmacht und in der kapitalistischen Kultur um die Akkumulation von so etwas wie Reputation, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und so weiter. Also man spricht ja auch jetzt zum Beispiel im Zug auf Internet und soziale Medien von der Aufmerksamkeitsökonomie, also was machen wir auf sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter. Die Akkumulation von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich eine kapitalistische Logik irgendwie der Anhäufung, auch eine sehr individualistische Logik, ja. Dass es einzelne Profile gibt, ja, die immer mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit anhäufen wollen, ja, und es wird auch überall, wo es Akkumulation gibt, gibt es ungleiche Verteilung. Also Sichtbarkeit ist absolut ungleich verteilt. Es gibt einige Influencer und Influencerinnen auf sozialen Medien, die halt durch sogenannte Multi-Channel-Networks, also das sind so eine Art Werbeagenturen, finanziert werden und dadurch sehr hohe Sichtbarkeit haben, aber so der Alltagsnutzer und die Alltagsnutzerin, ja, die haben so 1000 Follower vielleicht so im Durchschnitt oder 500 und haben natürlich viel geringere Sichtbarkeit, ja. Das heißt, diese Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit ist ein kulturelles Phänomen, aber irgendwie diese Logik der Akkumulation, die kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Und digitaler Kapitalismus, den verstehe ich jetzt so, dass die Digitalisierung die Akkumulationslogik in Wirtschaft, Politik und Kultur ganz stark prägt. Also es gibt Akkumulationsprozesse, es gibt ungleiche Verteilung von Macht, die dadurch entsteht, es gibt soziale, gesellschaftliche Kämpfe, die um diese Akkumulationslogik herum organisiert wird und all das wird durch digitale Technologien vermittelt, ja. Und all das gemeinsam, denke ich, ist die kapitalistische Gesellschaft. Das ist jetzt interessant, jetzt im Abgang klang es mir kurz so, als ob, also die Akkumulation selbst ist ja am digitalen Kapitalismus nicht das Neue, oder? Also es ist, verstehe ich das richtig, weil also im Grunde ist die Art und Weise, wie diese Akkumulation sozusagen in verschiedene Sphären des Gesellschaftlichen getragen wird, im digitalen Kapitalismus anders formatiert als in den Kapitalismen davor, oder? Es ist halt die Frage, wie neu oder alt ist der digitale Kapitalismus irgendwie, oder es stellt sich generell ja die Frage, wie alt oder neu ist die Gesellschaft und wie tiefgreifend sind die Veränderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben, ja. Und da gibt es wiederum zwei Extreme. Einerseits gibt es halt die Theorien der Informationsgesellschaft, der Netzwerkgesellschaft und der postindustriellen Gesellschaft, also Vertreter wie Daniel Bell oder Manuel Castells und andere, ja, die sagen, die Digitalisierung hat die Gesellschaft radikal verändert und es ist eine völlig neue Gesellschaft, ja. Alles ist ganz neu und anders. Das passt eigentlich ja sehr gut irgendwie so in die neoliberale Logik, wo man auch so sagen will, ja, es kommt zu einer absoluten Zerstörung von all dem, was existiert, es entstehen tolle neue Möglichkeiten und so weiter. Und so ein Begriff wie Netzwerkgesellschaft von Castells, der klingt halt so schön und positiv. Jeder kann irgendwas anfangen damit, ja. Die Unternehmensverbände freuen sich, aha, wir globalisieren, ja. Wir lagern die Produktion global aus. Wir sind vernetzt irgendwie, ja. Die NGOs und die sozialen Protestbewegungen sagen auch, wir sind ja gar nicht nationalstaatlich organisiert. Wir sind transnational irgendwie. Also jeder findet so etwas Positives an so einem Begriff wie Netzwerkgesellschaft. Es ist ein positivistischer Begriff, wo eigentlich die Gesellschaftsprobleme gar nicht sichtbar sind. Während dann, wenn wir von Kapitalismus sprechen, ja, also im Kapitalismus, mit dem verbinden wir jetzt nicht primär positive Dinge irgendwie, sondern da springen einem so die Gesellschaftsprobleme sofort ins Auge, ja. Allerdings wäre es auch, man kann jetzt Theorien der Informationsgesellschaft kritisieren, aber es wäre eine falsche Schlussfolgerung zu sagen, es hat sich auch gar nichts verändert. Ja, so Kritiker und Kritikerinnen der These der Informationsgesellschaft wie Frank Webster oder Nicolas Garnham sagen, ja, das ist eine Ideologie und die ist falsch und die verdeckt, dass wir genauso im Kapitalismus leben wie schon zur Zeit von Marx. Ja, also es haben sich sehr wohl Dinge gewandelt, aber die sind nicht auf der fundamentalsten Ebene der Gesellschaft, ja, sondern die Art und Weise, wie akkumuliert wird, ja, die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist, wie Produktion, wie Politik organisiert ist, die hat sich gewandelt, ja, die runtergelegende Logik, dass akkumuliert wird, ja, so wie du gesagt hast, die hat sich nicht gewandelt. Also es gibt immer noch Klassen in der Wirtschaft, wir leben in einer Klassengesellschaft, gleichwohl ist es aber komplexer geworden, also was die Arbeiterklasse und Arbeiterinnenklasse heute ist, ja. Also es gibt immer noch einen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, ja, Kapital ist aber komplex geworden und Arbeit ist komplexer geworden. Und dadurch, dass eben durch die Digitalisierung zum Beispiel die Grenzen zwischen Produktion und Konsum verschwommen sind, sind auch Phänomene, die wir traditionellerweise oder in früheren Formen des Kapitalismus rein als Konsum verstanden haben, sind auch zu Arbeit und Produktion geworden, ja. Also in der Theorie des Internets und der sozialen Medien, so wie ich sie versucht habe zu entwickeln, dem liegt eben zum Beispiel diese Auffassung zugrunde, dass auch Nutzung sozialer Medien, die durch digitale Werbung finanziert werden, dass das nicht nur ein Konsum von Information ist, sondern auch eine Produktion von Information, von sozialen Beziehungen, gesellschaftlichen Verhältnissen und von Wert und auch von einer Aufmerksamkeitsware, dass daher so Plattformunternehmen wie Google, Facebook, ja, die heißen ja jetzt Alphabet und Meta-Plattforms, ja, oder TikTok, dass die die Nutzer und Nutzerinnen auch ausbeuten, ja. Und ich denke, das ist diese Prosumption, das ist zum Beispiel jetzt ein neues Phänomen, gleichwohl, was jetzt Google und Facebook machen, ist, sie akkumulieren Kapital, ja. Sie sind halt in der Liste der weltgrößten Konzerne, irgendwie unter den Top 50, ja, Google auch unter den Top 10, ja, also in dem, was sie tun, dass sie Kapital akkumulieren und dass sie Arbeit ausbeuten, haben sie schon was gemeinsam mit anderen Unternehmen, aber wie sie das machen, das ist was Neues, ja. Und sogar auf der Ebene, ja, diese These, die auch kontroversiell diskutiert wird, ja, in der Medienkommunikationsgesellschaftstheorie, diese These, dass dann, wenn wir werbefinanzierte Plattformen und Medien nutzen, dass dann eine Ausbeutung der Nutzungsarbeit stattfindet. Diese These ist ja jetzt nicht mit sozialen Medien entstanden, sondern die geht ja zurück auf Della Smythe, kanadischer politischer Ökonom der Kommunikation, der eben 1977 so einen Aufsatz geschrieben hat, On the Audience Commodity and its Work, und er hat aber eigentlich von werbefinanzierten klassischen Medien wie dem Privatfernsehen gesprochen, ja, oder durch Werbung finanzierte Printpublikationen, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, wo das auch zutrifft, irgendwie, ja, diese These, aber natürlich jetzt sowas wie Facebook oder Google unterscheidet sich nochmal davon, weil hier nicht nur der Konsum produktiv wird, ja, also quasi das Publikum wie in klassischen werbefinanzierten Massenmedien als Ware an die werbetreibenden Medien verkauft wird, ja, das heißt, wir produzieren nicht nur Aufmerksamkeit, das tun wir immer, wenn wir Medien konsumieren, und werbefinanzierte Medien machen aus dieser Aufmerksamkeit eine Ware, und je höher die Auflage ist, ja, oder je größer das Publikum ist, desto mehr Geld kann ich für diese Aufmerksamkeitsware verlangen. Bei sozialen Medien, ja, ist eben das Neue jetzt auch, wir produzieren Inhalte, ja, wir produzieren soziale Medien, wir kommentieren und so weiter, und dadurch sind die Kommodifizierungsmöglichkeiten eigentlich nochmal größer geworden, ja, und die Profite, die da halt gemacht werden, sind irrsinnig groß, ja, daher ist es auch kein Wunder, dass so ein Unternehmen wie Google halt unter den zehn größten Konzernen der Welt ist, ja, also kurz gefasst kann man sagen, es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede des digitalen Kapitalismus in Bezug auf frühere Reformen des Kapitalismus, also ich denke, wir sollten vermeiden zu sagen, die Gesellschaft ist eine völlig neue Gesellschaft, aber wir sollten auch vermeiden zu sagen, gar nichts hat sich verändert, ja, es ist noch so wie Marx das vor 150 Jahren beschrieben hat, Marx war schon sehr weitsichtig irgendwie und hat eigentlich halt so Kapitalband 1, 2, 3 oder auch in den Grundrissen versucht, den Kapitalismus relativ allgemein zu beschreiben, ich denke, vieles davon ist noch sehr zutreffend heute, aber natürlich Marx war auch historischer Materialist und historischer Materialismus bedeutet immer, dass sich die Kategorien, die Gesellschaft verändert sich und auch die Kategorien, mit der wir sie kritisch analysieren, die wandeln sich auch, ja, müssen auch weiterentwickelt werden, ja, und daher müssen wir auch so Begriffe halt wie Arbeit, Ware, Klasse und so weiter, müssen wir weiterdenken und aktualisieren. Und verstehe ich das richtig, nur um das sozusagen ein bisschen auch abzuschließen, dass das aber trotzdem auch bedeutet, dass jetzt nicht der digitale Kapitalismus sozusagen das Ganze des Kapitalismus beschreibt, sondern dass es sozusagen als eine Brille dient, um bestimmte Aspekte am Kapitalismus selbst, die jetzt neu hinzugekommen sind, in den Blick zu nehmen. Daraus würde sozusagen sich jetzt dann noch die Frage ableiten, welche anderen Kapitalismen gibt es denn parallel dazu noch? Genau, das ist auch eine sehr wichtige Frage, danke, dass du das ansprichst. Ja, man könnte jetzt da auch zwei Ansätze haben, also man könnte sagen, also bei diesen soziologischen Kategorien, die verwendet werden, um die Frage zu beantworten, in welcher Gesellschaft leben wir, muss man sich halt für eine Kategorie entscheiden irgendwie, ja, und da sagen manche, das ist eine zweite Moderne, ja, oder es ist eine globale Gesellschaft, ja, oder es ist ein Finanzmarkt getriebener Kapitalismus, und so weiter, ja. Ja, aber viele Leute in der, in kritischen Theorien, ja, können sich vielleicht darauf einigen, wir leben im Kapitalismus irgendwie, aber dann dieses Präfix, ja, ist dann die Frage, welches wählt man da, ja, und mein Ansatz ist nicht der, dass ich die Digitalisierung überbetonen möchte. Also ich sage nicht, alles ist, hat mit der Digitalisierung zu tun irgendwie heutzutage irgendwie, ja, aber es gibt halt auch andere Befunde irgendwie, so Andreas Reckwitz sagt, das ist die Gesellschaft der Singularitäten irgendwie, ja, ich denke, diese Singularisierung und Individualisierung, das ist auch ein Phänomen irgendwie, aber ich würde auch nicht sagen, das ist das Hauptphänomen, genauso wenig würde ich sagen, Digitalisierung ist jetzt das Hauptphänomen, ich denke, Kapitalismus, ja, eben die Akkumulationslogik, das ist das Hauptphänomen, Digitalisierung ist eine Dimension, also eine Brille, eine Form der Analyse, mit der wir auf die Gesellschaft blicken können, also quasi so ein Scheinwerfer, den wir auf die Gesellschaft richten und wo wir auf Aspekte der Digitalisierung einen Blick werfen, ja, und natürlich Digitalisierung oder digitale Technologien sind eben Konvergenztechnologien und Vernetzungstechnologien und spielen daher in sehr vielen Bereichen oder wahrscheinlich in allen Bereichen des heutigen Kapitalismus eine Rolle, da finden wir auch Aspekte der Digitalisierung, aber es ist gleichwohl nicht der einzige Aspekt irgendwie, ja, also ganz gut sieht man das, ich habe das auch in Publikationen irgendwie immer wieder nachgerechnet irgendwie, wenn man sich die Liste der 2000 größten Konzerne der Welt ansieht, ja, und da nimmt man sich dann so Variablen heraus, wie jährlicher Profit, jährlicher Umsatz oder Kapitalbestand, dann kann man ja so aufsummieren, den gesamten Kapitalbestand oder Profitumsatz aller 2000 größten transnationalen Konzerne und dann kann man das nach Industrien sortieren, je nachdem, welche Ware da produziert wird. Da kann ich jetzt den digitalen und Mediensektor herausnehmen, genauso kann ich aber den FIRE-Sektor, also das Finanzkapital, also FIRE steht ja für Finance, Insurance und Real Estate, den kann ich herausnehmen, ich kann die klassische verarbeitende Industrie herausnehmen und dann jeweils Anteile von Umsatz, Kapital, Profit und so weiter berechnen. Und da zeigt sich halt eigentlich bei allen Dimensionen, dass bei den weltgrößten Konzernen die dominante Industrie die Finanzindustrie ist, ja, also große Banken, Investmentbanken und Finanzkapital dominieren eigentlich den heutigen Kapitalismus, ja. Es ist aber so, also Finanzmarkt getriebener Kapitalismus ist auch was Wichtiges, die Industrialisierung ist auch nicht vorbei, also wir leben zugleich im digitalen Kapitalismus, im Finanzkapitalismus, im hyperindustriellen Kapitalismus, im mobilen Kapitalismus, also auch die Mobilitätsindustrien, die mit Transport zu tun haben, sind sehr wichtig und so weiter und so weiter irgendwie. Also viele Kapitalismen, die gar nicht separiert sind, sondern miteinander interagieren und der digitale Kapitalismus ist einer dieser Kapitalismen, der mit anderen interagiert, ja. Und zum Beispiel die Interaktion von Finanzkapitalismus und digitalem Kapitalismus ist ja sehr interessant, also die Silicon Valley Digitalkonzerne, ja, wie Google, Facebook und andere, wie die als Startups mal beginnen, ist ja, dass sie Venture-Capital-Spritzen bekommen, also Finanzkapitalinvestitionen, damit sie überhaupt so viel Kapital haben, um mal irgendwie zu operieren. Also es beginnt eigentlich mit einer Spritze von Finanzkapital, um das digitale Kapital mal auf die Beine zu stellen und manche davon, ja, werden halt groß und erfolgreich, viele davon, ja, verschwinden dann auch wieder und das Finanzkapital kauft sich dadurch ja auch Anteile an diesen Unternehmen. Ja, und dann operieren die halt irgendwie und wenn sie, das Ziel dieser großen Konzerne ist immer, dass sie so groß werden, so viele, bei den Digital-Gruzern halt so viele Nutzer und Nutzerinnen bekommen, dass sie an die Börse gehen können, ja, also irgendwann machen sie ja so, wenn sie groß genug sind irgendwie, ja, genug Nutzer und Nutzerinnen haben, dann machen sie ja ein sogenanntes IPO, Initial Public Offering, auf einer Börse, ja, wie in den USA ist das eben der Nasdaq-Index und werden aktiennotierte Unternehmen. In der Regel, die Gründer, die dann die CEOs sind, haben natürlich große Aktienpakete dann, aber Teile davon werden ja auch gehandelt. Also genau dadurch mit dem Gang an die Börse wird ja aus digitalem Kapital zugleich Finanzkapital, ja, also da sieht man so, wie das digitale Kapital und Finanzkapital eigentlich ineinander verzahnt sind. Finanzkapital wird zu digitalem Kapital, das wächst dann irgendwie und digitales Kapital wird wieder zu Finanzmarktgetriebenem Kapital. Das führt aber auch zu Problemen, ja, weil die Finanzmärkte sind ja komplex und volatil, krisenanfällig und real zeigt sich halt, dass die Werte, die an Börsen erzielt werden, also die Aktienwerte und der Aktienwerte unternehmen, stimmt nicht notwendigerweise mit der Realakkumulation überein, also mit den Profiten und Umsätzen, die durch den Verkauf von Waren erzielt werden. Und wir haben ja 1999, 2000 die Dotcom-Krise erlebt, also wo eben so viele Silicon Valley und andere Start-up-Internet-Unternehmen an hohe Börsenwerte hatten, aber eigentlich immer nur Verluste gemacht haben. Also wenn die Realakkumulation immer weiter auseinanderklafft mit den Finanzmarktwerten, dann kann irgendwann früher oder später eine Krise entstehen, ja, und irgendwann setzt irgendwie Panik ein, Panikverkäufe und Finanzmärkte sind ja auch verkoppelt mit anderen Märkten und die Dotcom-Krise war ja eine Krise, ja, und dann die globale Weltwirtschaftskrise 2008, die ja im Immobiliensektor der USA begonnen hat, war eine andere. Also Kapitalismus ist auch Krisenkapitalismus und früher oder später kommt es immer zur Krise und das ist auch einer der großen Probleme des Kapitalismus, aber ich denke insgesamt haben wir halt viele Kapitalismen, die miteinander interagieren und digitaler Kapitalismus ist einer davon, der auch relevant ist, aber es ist nicht der einzige und das bedeutet ja, wenn wir Kapitalismus analysieren, ja, also ich mache das jetzt in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, aber man kann auch sehr viel lernen von Theorien des Kapitalismus und Analysen, die von außerhalb kommen, ja, aus der kritischen Wirtschaftswissenschaft, aus der Soziologie und so weiter und ja, in der politischen Ökonomie der Medien und der Kommunikation nehmen wir eigentlich diese Theorien zur Kenntnis aus der politischen, kritische Theorien aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, Philosophie und so weiter irgendwie, ja. Umgekehrt ist das natürlich auch gut, wenn auch die Politikwissenschaftlerinnen, die Soziologen und Soziologinnen, die marxistischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen, wenn die auch die Medien- und Kommunikationswissenschaft zur Kenntnis nehmen, ja, was nicht immer der Fall ist. Ja gut, in den letzten Sätzen steckt jetzt eigentlich schon auch eine Antwort auf eine Frage, die ich jetzt währenddessen mir gestellt habe, weil wir wollen ein bisschen jetzt auch in Richtung der Alternativen einbiegen, weil das ist ja was, was Sie auch sehr beschäftigt und jetzt gerade, als Sie eben dann festgestellt hatten, dass ja im Grunde der Finanzmarktkapitalismus der Dominante ist, wäre sozusagen ja eigentlich der erste Impuls zu denken, aha, okay, dann sollte man doch dort ansetzen, weil das ist quasi der, da hätte man die größte Hebelwirkung sozusagen, ja, also wenn es ums Denken über Alternativen geht, dann sollte man doch sozusagen versuchen, an dieser Hebelwirkung sozusagen sich dieser zu bedienen. Gleichsam fokussieren Sie wiederum in Ihrem Denken über Alternativen dann doch auf einen anderen Punkt, aber Sie haben im Grunde die Erklärung, warum Sie sozusagen diesen anderen Punkt als Ansatzpunkt wählen, eigentlich schon mitgeliefert. Das ist nun mal das Feld, aus dem Sie stammen sozusagen, ja. Insofern wenden wir uns doch dieser Frage der Alternativen einmal ein bisschen genauer zu. Da gibt es ja ganz konkrete Vorschläge, die Sie auch in den Raum stellen. Ein Public Service Internet zum Beispiel, es gibt ein Manifest, das, sagen, wirklich versucht, eine alternative Idee, sagen, in den Raum zu stellen und diskutierbar zu machen. Vielleicht können Sie uns das einmal kurz skizzieren, worum es da geht. Genau, also ich war einer der Mitinitiatoren des Manifests für öffentlich-rechtliche Medien und ein öffentlich-rechtliches Internet. Das wurde zunächst auf Englisch veröffentlicht, ist aber jetzt, glaube ich, in sechs oder sieben Sprachen verfügbar, ja, auch auf Deutsch, aber auch auf Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und so weiter. Wie ist das Ganze? Also das fordert sozusagen eine Alternative zu den Digital-Giganten, zu den kapitalistischen Digitalkonzernen, ja, und gibt dabei öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen eine besondere Bedeutung. Wie ist das Ganze zustande gekommen? 2019, als ich noch in London Professor war, hatte ein Kollege, Alessandro Dahmer, ein Forschungsprojekt, das war eigentlich ein Forschungsnetzwerk, finanziert vom AHRC, der Arts and Humanities Research Council, und da ging es um Innovations in Public Service Media Policies, ja, also ein Netzwerk, das viele Leute zusammenbringt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Forschungszweigen, aber auch Leute, die in öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten und so weiter. Und da gab es halt Geld zur Finanzierung von Workshops, Konferenzen und so weiter, und ich war da in dem Beratungsgremium, ja, und da haben wir uns überlegt, ja, welche Workshops oder welche, was könnte man in diesem Netzwerk machen irgendwie, ja. Und ich und Klaus Unterberger, der die Public Value Abteilung des österreichischen Rundfunks leitet, hatten irgendwie die Idee, ja, wir wollen irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen aktivistischer ist und nicht nur so ein klassisches Konferenzformat hat, und haben so irgendwie die Idee gehabt, ja, wir könnten doch ein Manifest schreiben, ja, kollektiv in einer größeren Gruppe, wo wir drüber nachdenken, ja, das Problem, das sozusagen ansteht, irgendwie ist, wie könnten denn diese Alternativen zu diesen Digitalgiganten aussehen, irgendwie können wir da irgendwie neue Ideen entwickeln. Also das war so der Ausgangspunkt, aber dann wollten wir das eigentlich mal in so einem mehrtägigen Workshop realisieren, dann ist aber die Pandemie dazwischen gekommen, irgendwie, ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, dann versuchen wir das irgendwie online zu machen, irgendwie, und haben da dann zunächst mal mehrere kleine Veranstaltungen gemacht, wo wir drüber nachgedacht haben, ein öffentlich-rechtliches Internet, was könnte das denn sein, ja, also da gab es so Input-Vorträge, zum Beispiel von Graham Murdoch, ja, britischer politischer Ökonom der Medien, oder ich habe eine kleine Umfrage gemacht, also so eine preliminary study study eigentlich, ja, unter Leuten, die sich für öffentlich-rechtliche Medien und ein alternatives Internet interessieren, ja, also nur so Fragen wie, wie stellen sie sich ein alternatives Internet der Zukunft vor und so weiter, und das hat eigentlich dazu dient, dass wir mal so Themen rauskristallisieren, irgendwie, was sind relevante Aspekte eines alternativen Internet, also wie ist das mit, zum Beispiel, mit Finanzierungsfragen, mit Organisationsfragen, und so, und so weiter, ja, und dadurch ist eigentlich schon so eine Gruppe an interessierten Leuten entstanden, aus denen wir dann auch so circa 50 Leute eingeladen haben, an diesem Manifest mitzuarbeiten, weil wir wussten, naja, das sind Leute, die haben schon ein bisschen darüber nachgedacht, irgendwie, und dann haben wir einen Online-Diskussionsprozess gestartet, über mehrere Monate hinweg, wo wir mal die, also aus meiner Forschung, die ich mal gemacht habe, habe ich einfach so Dimensionen und so Fragen mal generiert, irgendwie, was sind relevante Fragen, wenn wir über ein alternatives Internet nachdenken, und diese Fragen haben wir dann in einem Online-Forum, das hat den Namen e-Committee, also ist eigentlich so ein Forum um, oder eine Plattform zur Diskussion von kontroversen Fragen und zur kollaborativen Entscheidungsfindung, ja, zum gemeinsamen Schreiben von Texten und so weiter. Aber dort haben so circa 50 Leute über mehrere Monate hinweg all diese Fragen diskutiert. Wir haben das auch so organisiert, also es hat so quasi eine Organisationsgruppe gegeben irgendwie, also ich, Klaus Unterberger, Alessandro Dahmer, der einer der Projektleiter dieses ganzen Forschungsprojektes war, und Minna Horowitz, die war die zweite Projektleiterin. Also wir haben auch das so übernommen, dass so diese Fragen, die wir diskutiert haben, dass da jeder von uns so einen Stream moderiert hat irgendwie auch, ja, und halt die Leute immer wieder daran erinnert hat, ja, hier war dieser Beitrag, vielleicht wollt ihr darauf antworten, ja, und dadurch hat sich eigentlich so eine Diskussion entwickelt zu den Themen irgendwie, ja, und viele Ideen sind dadurch entstanden, und was wir dann versucht haben, ist, dass wir nach ein paar Monaten diese ganze Diskussion von 50 Leuten mal in so Textentwürfen irgendwie zusammenstellen irgendwie, ja, das war dann so ein Rohentwurf dieses Manifests, und das haben wir dann auch zur Diskussion gestellt, haben das kollaborativ weiterentwickelt, und so ist dann im Laufe der Zeit dieses Manifest entstanden, das eigentlich eine Autorenschaft von 50 Leuten insgesamt hat. Wir haben dann nach Unterstützern und Unterstützerinnen gesucht, Leute, die der Meinung sind, ja, so ein öffentlich-rechtliches Internet ist eine ganz gute Idee als Alternative, und ja, bisher haben das ca. 1.300 Leute unterzeichnet, unter anderem Jürgen Habermas oder Noam Chomsky oder auch Organisationen wie die International Federation of Journalists, die European Federation of Journalists, wissenschaftliche Assoziationen wie die ECREA oder die IMCA, die International Association of Media and Communication Research, und so weiter irgendwie, ja. Was das Manifest eigentlich fordert, ist zunächst mal, wir brauchen Alternativen zu den Digitalgiganten, ja, das ist so der eine große Punkt, wie könnten diese Alternativen aussehen, ja, öffentlich-rechtliche Medien, Organisationen wie halt in Deutschland ARD, ZDF, ja in England die BBC und so weiter, könnten dabei vielleicht eine wichtige Rolle spielen und könnten sowas entwickeln wie alternative Plattformen, ja. Also Leute schauen irgendwie Netflix und YouTube, das sind kapitalistische Konzerne, vielleicht könnte es ein YouTube geben, das gemeinsam von ARD, BBC und anderen öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen betrieben wird, also einzelne Plattformen, die nicht kommerziell sind, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben und so weiter. Und was auch noch gefordert wird, ist, dass die Existenz und die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien gesichert werden muss. Ja, natürlich werden öffentlich-rechtliche Medien sehr kontroversiell diskutiert, aber immer wieder von allen Dingen von rechts und von ganz rechts kommen die Vorschläge, ja, man sollte die doch abschaffen irgendwie, ja, die, da gibt es die Rundfunkbeiträge und die sind doch zu hoch irgendwie, ja, die Leute sollen nur für das bezahlen, dass sie auch konsumieren, bei Netflix zahlt man ja auch nur, oder bei Amazon Prime zahlt man ja auch nur dafür, wenn man das wirklich konsumieren will und so weiter. Also es würde aber eigentlich heißen, wenn man jetzt, wenn man die Welt der Medien völlig den Markt überlässt irgendwie, ja, Märkte monopolisieren sich halt relativ rasch, dann würden qualitativ hochwertige Medien einfach verschwinden irgendwie, weil sie sich nicht mehr finanzieren könnten. Also die Forderung überlast die öffentlich-rechtlichen Medien durch den Marktprinzipien ist einfach die Forderung danach halt ARD, ZDF, BBC und so weiter abzuschaffen, wenn wir, ja, gäbe es aber keine, man kann viele Kritikpunkte vorbringen an öffentlich-rechtlichen Medien, aber gäbe es keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr, dann wäre das sicher eine, auch eine Verarmung der Demokratie und der Öffentlichkeit, ja. Also es geht bei dieser Diskussion da nicht darum, einfach zu sagen, einerseits geht es schon darum, öffentlich-rechtliche Medien die Existenz zu sichern, die Finanzierung über Rundfunk und Medienbeiträge zu sichern. Es geht aber auch darum, öffentlich-rechtliche Medien besser zu machen, sie weiterzuentwickeln, ja, sie fit für das digitale Zeitalter zu machen, sie vielleicht auch partizipativer zu machen irgendwie, ja, mehr Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung zu ermöglichen und so weiter. Ja, und das sind so einige der, ja, der Kernaspekte dieses Manifests für öffentlich-rechtliche Medien und ein öffentlich-rechtliches Internet. Das kann auch weiterhin unterschrieben werden, ja, wir freuen uns über weitere Unterstützer und UnterstützerInnen. Im Internet ist es möglich, dass man das Manifest unterzeichnet. In jedem Fall auch in den Shownotes zu finden, kann ich da anfügen. Gut, jetzt ist das natürlich ein einigermaßen staatszentrierter Zugang, sage ich mal, ja. Also wenn man irgendwie auf die Öffentlich-Rechtlichen abzielt. Mich würde auch interessieren, wie es denn um Alternativen jenseits des Staates geht. Sie weisen da auf Defizite von Alternativen jenseits des Staates hin, wie zum Beispiel Plattform-Kooperativen oder so, die ja auch zum Teil in dem Medienbereich, sagen, tätig sind. Sie weisen da eben auf gewisse Defizite dieser Alternativen hin, da die ja oft eher klein und auch prekär sind und dadurch dann eben nicht eine gewisse, also nicht in der Lage sind, so eine gewisse Schlagkraft zu erreichen, die dem digitalen Kapitalismus dann auch wirklich zur strukturellen Konkurrenz erwachsen könnte. Und schlimmer noch, das muss ich mich erinnern, habe ich nämlich gedacht, als ich mit Trevor Scholz darüber gesprochen hatte, der ja im Plattform-Kooperativismus prägend mit unterwegs ist, eben schlimmer noch, mitunter fungieren diese Alternativen dann auch als Form des Lückenbüßers, die dort einspringen, wo es der Kapitalismus eben als nicht mehr profitabel erachtet. Ich finde aber trotzdem, dass es eben auch eigentlich nicht hinreicht, sich damit abzufinden, dass man dann eben auf die Öffentlich-Rechtlichen quasi umschwenkt, als einzige Alternative on a scale sozusagen, sondern dass es eigentlich auch darum gehen muss, sich zu überlegen, wie denn Alternativen jenseits von sowas wie den Öffentlich-Rechtlichen in einer Art und Weise strukturell unterstützt werden können, dass die eben auch skalierbare Alternativen darstellen können, die dann mitunter eben über die Zeit hinweg eine Größenordnung erreichen können, die dann auch wirklich in der Lage ist, konkurrenzfähig zu sein gegenüber eben den Formen des digitalen Kapitalismus, wie wir sie heute erleben. Da kommen dann unterschiedliche Stichwörter oder Schlagwörter in den Sinn, zum Beispiel sowas wie Public-Common-Partnership als ein Vehikel vielleicht, um das anzugehen. Und auch in der Vergesellschaftungsdebatte wird zum Beispiel ja in einer Art und Weise über die Frage der Vergesellschaftung diskutiert, die versucht eben nicht auf rein staatszentrierte Lösungen sozusagen zu setzen. Mich würde das interessieren, sehen Sie da ein Potenzial für skalierbare Zugänge jenseits der staatszentrierten Variante? Und wenn ja, wie könnten die aussehen? Also zunächst denke ich, ist es wichtig zu betonen, öffentlich-rechtliche Medien sind nicht Staatsmedien. Also Staatsmedien sind zum Beispiel Russia Today oder CGTN in China, also wo quasi staatliche Kontrolle der Inhalte stattfindet. Aber öffentlich-rechtliche Medien sind natürlich durch ein Gesetz wie den Medienstaatsvertrag in Deutschland grundgelegt und brauchen dieses Gesetz, damit sie sich gebührend finanzieren könnten, haben aber schon den Anspruch, auch autonom vom Staat zu agieren. Ja, natürlich sind die immer in politische Kontroversen verwickelt irgendwie, aber es ist ein großer Unterschied zwischen staatskontrollierten Medien und öffentlich-rechtlichen Medien. Habe ich auch nicht gesagt, staatskontrolliert habe ich nicht gesagt, staatszentriert sozusagen, also Zugang sozusagen. Aber ich würde nicht sagen, sie sind Staatsmedien irgendwie. Sie brauchen den Staat, aber das Idealbild öffentlich-rechtlicher Medien ist, dass sie unabhängig von Staat und Kapital sind und das ist eben ein Vorteil auch irgendwie. Jetzt denke ich aber, die Frage ist, gibt es andere Alternativen? Dem stimme ich ja zu irgendwie. Aber im Wesentlichen, wenn man sich die Debatte ansieht, wie könnten jetzt die Alternativen zu den Digitalgiganten aussehen, gibt es eigentlich drei Ansätze. Der Dominante in der Europäischen Union ist eigentlich der, dass man sagt, man schafft gar keine alternativen Plattformen, sondern man soll die bestehenden Digitalgiganten besser regulieren. Das macht eigentlich die EU. Also die EU ist eigentlich davon übergegangen, zu versuchen, also jahrzehntelang hat sie versucht, den digitalen Kapitalismus aus Silicon Valley zu kopieren. Jetzt sagt man, ja, wir haben es nicht geschafft, ihn zu kopieren. Es gab mal die Lissabon-Strategie, das war so die Idee, so um 2000 herum. 2010 wird die EU die führende Informationsökonomie sein. Also die Idee war, wir machen unser eigenes Microsoft und unser eigenes Google, unser eigenes Apple, hat halt irgendwie ein Kopierendes von Silicon Valley, hat halt irgendwie nicht geglückt. Jetzt ist man, da hat man dann still und heimlich hat man irgendwie diese Strategie zur Ad acta gelegt, hat man nie zugegeben, man hat es nicht erreicht. Und ist halt dazu übergegangen zu sagen, ja, wir sind sehr gut, wir regulieren jetzt den digitalen Kapitalismus besser. Ich denke, man braucht auch Gesetze, um sozusagen auch Monopole abzuschwächen, zu zerschlagen und so weiter. Aber ich denke, das reicht eben nicht, sondern ich denke, man braucht Alternativen. Und ich denke, die beiden Ansätze dabei sind einerseits öffentlich-rechtliche Internetplattformen und andererseits Plattform-Kooperativen. Das sind zwei Ansätze, die sich jetzt mal getrennt entwickelt haben. Ich denke, im Idealfall würden die auch irgendwie zusammenwirken irgendwie. Und öffentlich-rechtliche Medien haben halt auch Ressourcen über die Gebührenfinanzierung. Das heißt, die haben, also wichtig ist halt, wenn man Alternativen entwickelt, dass wir leben im Kapitalismus, man braucht Finanzmittel dazu irgendwie, ja. Und das Problem der Bürgermedien, Bürgerinnenmedien und der zivilgesellschaftlichen Alternativen, das, was traditionellerweise als Alternativmedien bezeichnet wurde, ist halt, dass die Geschichte der Alternativmedien ist eine Geschichte prekärer, freiwilliger, selbstausbeuterischer Arbeit und des Ressourcenmangels, ja. Also Alternativmedien sind small and beautiful und gleichzeitig auch machtlos und, ja, es funktioniert im Kleinen irgendwie. Aber es ist sehr schwierig, sie auf etwas Großes zu skalieren, ja. Und sie führen auch teilweise zu fragmentierten, kleinen Öffentlichkeiten, ja. Wir brauchen aber auch große Öffentlichkeiten irgendwie, ja. Und öffentlich-rechtliche Medien sind gut dabei, große Öffentlichkeiten zu organisieren. Und die Kritik von Rosa Luxemburg an Genossenschaften und Kooperativen war ja, sie war eine sehr radikale Kritikerin der Kooperativen, dass sie gesagt hat, naja, was mit Kooperativen innerhalb des Kapitalismus passiert, ist, dass sie entweder werden sie kapitalistisch oder sie können in dem kapitalistischen Konkurrenzdruck nicht standhalten und verschwinden irgendwie. Ja, und wenn man sich ja jetzt so Versuche ansieht, Alternativen zu Facebook zum Beispiel zu etablieren, da hat es mal Diaspora gegeben, also als Alternative, kommt ja so aus der Open-Source-freien-Software-Bewegung, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Also ist irgendwie klein gestartet und klein geblieben irgendwie, ja. Also jetzt hat es ja viele Diskussionen darüber gegeben, ja, als Elon Musk irgendwie Twitter gekauft hat und da Twitter zerstört irgendwie, ob nicht Mastodon eine Alternative sein könnte. Es ist jetzt keine Plattform-Kooperative, aber es ist ja schon ein Non-Profit-Unternehmen, ja, meinetwegen Social Enterprise irgendwie, aber nicht profitförmig, aber eigentlich eine recht spannende Alternative, ja, halt dezentral organisiert. Ich denke, das hätte sehr gutes Potenzial, weil jetzt wirklich hunderttausende oder Millionen Leute haben gesagt, ich schmeiße meinen Twitter-Account weg, ich gehe zum Mastodon irgendwie, ja. Darum sind mal die Nutzungszahlen zunächst auch angestiegen, einige Monate lang. Jetzt stagnieren die aber schon wieder irgendwie oder sind auch wieder rückläufig. Also die Frage ist, kann sich sowas dann als Alternative etablieren? Und natürlich könnte man sich jetzt Mechanismen überlegen, wie man stärker Finanzmittel solchen Plattform-Kooperativen zur Verfügung stellen könnte, ja. Also zum Beispiel, wenn man Kapital stärker besteuert, der Großkonzerne, dann könnte man das ja auch umverteilen an alternative Medienprojekte, ja. Also so eine Idee einer partizipativen Mediengebühr zum Beispiel, oder sagen wir einer Partizipativen, ja, wo einerseits Kapital besteuert wird und dann durch partizipatives Budgeting Teile dieser dadurch eingenommenen öffentlichen Mittel an alternative Medien umverteilt werden und Leute können sich halt aussuchen, wo sie ihre 100 Euro, die sie da pro Monat, pro Jahr vielleicht als partizipatives Budget zur Verfügung haben, wo sie das hinspenden irgendwie, ja. Also das wäre ja schon eine Möglichkeit, um alternativen Projekten, ja, die jetzt nicht im zivilgesellschaftlichen Bereich angesiedelt sind, ja, sowas wie Mastodon und andere, denen auch stärker eine Finanzbasis zu geben. Weil ich denke, das ist halt so schwierig irgendwie, man braucht Leute, die dort arbeiten irgendwie, die auch bezahlt werden, ja, man braucht also Ressourcen, also um quasi die bestehenden großen Konzerne, um mit denen zu konkurrieren irgendwie. Also es geht irgendwie schon schlussendlich darum, eine Alternative zu schaffen, heißt auch, dass die Nutzer dann dort auch hingehen, millionenfach irgendwie, und die Nutzer von Google, Facebook und so weiter, YouTube, Netflix etc. auch weniger werden. Und dass die, schlussendlich ist das Ziel auch, dass die dann, diese Plattformen dann halt auch verschwinden. Dazu braucht man Ressourcen. Also diese Ressourcenbasis könnte man natürlich schon zur Verfügung stellen. Und ich denke, ein sehr vielversprechender Ansatz ist eigentlich die Überlegung, dass man eben nicht Private-Public-Partnerships macht, sondern Public-Commons-Partnerships, also diese Commons-basierten Projekte, Plattform-Kooperativen, ja, also eigentlich so eine alternative Digital-Ökonomie, gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen Medien, wenn die Partnerschaften machen. Also im Idealfall würden da halt BBC, ARD, ZDF mit so Organisationen wie Wikipedia und Mastodon und so weiter zusammenarbeiten. Ja, wenn man braucht, man müsste wirklich Ressourcen poolen irgendwie, um vielleicht eine große alternative Plattform zu entwickeln, die dann wirklich auch schlagkräftig ist in der Konkurrenz mit den Digital-Giganten. Und ich denke, in diese Richtung sollte sich das eigentlich bewegen irgendwie, ja. Also ich bin schon ein Kritiker des Plattform-Kooperativismus, ich halte das nicht für die ideale Form. Ich denke aber, alles, was sozusagen nicht kapitalistische, demokratische Alternativen sind, alles sollte ausprobiert werden irgendwie und es sollte auch Kooperation dieser alternativen Projekte geben irgendwie. Aber natürlich bei den Plattform-Kooperativen ist es schon so, ja, es ist natürlich großartig, wie Nathan Schneider und Trevor Scholz irgendwie Konferenzen gestartet haben, dass dann auch Plattform-Kooperativen entstanden sind. Die haben ja auch ein Buch herausgegeben über den Plattform-Kooperativismus, wo so ein paar Dutzend Ideen und Projekte des Plattform-Kooperativismus vorgestellt wurden. Ich glaube, das Buch wurde 2015 oder 2016 veröffentlicht. Ich habe dann ein paar Jahre später mir mal die Arbeit gemacht, zu schauen, wie viele dieser Plattform-Kooperativen sind denn realisiert worden und wie viele existieren noch davon. Sehr viele sind halt verschwunden davon irgendwie, ja. Und teilweise beruhen diese Plattformen auch wieder auf selbstausbeuterischer, freiwilliger Arbeit, ja. So eine vielversprechende Plattform ist ja zum Beispiel Resonate, also eine Musikplattform, die durch Musiker und Musikerinnen als Kooperative betrieben wird, ja. Also eigentlich versuchen wir eine Konkurrenz zu Spotify oder Apple Music und Amazon Music aufzubauen. Da gibt es auch so einige Künstler und Künstlerinnen, aber natürlich der Katalog an Musik kann nicht in Konkurrenz treten mit Spotify. Und man hat auch schon Probleme gehabt, irgendwie die Leute zu finden, die eigentlich die Plattform entwickeln. Und da findet sich dann irgendwie so eine Notiz bei Resonate. Wir haben einen Programmierer gefunden, der so ein paar Monate für uns gratis gearbeitet hat und uns jetzt eine gute Plattform programmiert hat, irgendwie. Was ja zeigt, es beruht wieder auf unbezahlter, freiwilliger Arbeit, die man für den guten Zweck irgendwie macht, irgendwie, ja. Ich denke, das hat aber schon Potenzial. Aber die Frage ist, wie kann man stärker die Ressourcenbasis da stärken, irgendwie, ja. Ich habe hier so einen Bericht, Sharing like we mean it, working cooperatively in the cultural and tech sectors. Das kommt ja dann auch ein Exemplar geben. Das ist ein neuer Forschungsbericht über Kooperativen und Genossenschaften im Kultur- und Tech-Bereich. Also wurde eine Studie, die in Kanada und Großbritannien durchgeführt wurde. Also in Kanada von Greg DePuter und in Großbritannien von Marisol Sandowalde. Und die haben so eine Umfrage unter Genossenschaften gemacht. Also einerseits Kulturgenossenschaften, andererseits auch so Tech-Genossenschaften, ja. Und haben halt zum Beispiel danach gefragt, ja, warum wollt ihr eigentlich so eine Genossenschaft irgendwie machen? Und zeigt sich halt irgendwie, ja, die Leute wollen das deswegen machen, im Wesentlichen, weil sie der Meinung sind, ja, es ist eine demokratische Reform, um Wirtschaft zu organisieren. Und das ist auch nicht so individualisiert. Also viele Start-up-Unternehmen sind ja auch so neue selbstständige Ein-Personen-Unternehmen, ja, die relativ hohes Risiko haben und dann prekär arbeiten. Also die sagen halt, es geht uns um ökonomische Alternativen, ja, es geht uns darum, um das Wohlbefinden der Mitglieder, der Genossenschaften. Wir wollen die Gesellschaft positiv verändern, ja. Und da ist ja diese Selbstorganisation oder quasi eine demokratische Wirtschaftsform im Bereich der Kultur und der digitalen Technologien. Ich denke, das ist der große Vorteil der Plattformgenossenschaften und der Kulturgenossenschaften, ja. Die Idee, dass reichkapitalistische Konzerne sind schlussendlich von der Governance und von der Entscheidungslinie her, sind das Diktaturen, ja. Also die Besitzer entscheiden irgendwie alles und die CEOs und das Management. Kooperativen sind demokratisch irgendwie, ja. Es ist eine demokratische Wirtschaftsform, es ist eine selbstverwaltete Graswurzelorganisationsform. Und das sehen auch diese Leute in dieser Studie, die in den Kooperativen arbeiten, sehen das als ein großer Vorteil. Und dann haben die Forscher und Forscherinnen auch danach gefragt, naja, wie ist denn das ökonomisch? Geld spielt ja auch eine Rolle. Also könnt ihr, wenn ihr euch als Kooperative, als Genossenschaft organisiert, könnt ihr dann, habt ihr dann gleich viel Geld, weniger Geld oder mehr Geld, als in dem Fall, wenn ihr euch traditionell kapitalistisch und privatwirtschaftlich organisieren würdet. Circa 40% haben gesagt, wir haben circa gleich viel Geld zur Verfügung als Kooperative, als dann, wenn wir uns kapitalistisch organisieren würden. Circa 15% haben gesagt, wir haben viel oder sehr viel mehr Geld zur Verfügung. 27,8% haben gesagt, wir haben etwas weniger Geld zur Verfügung. Und 16,7% haben gesagt, wir haben viel weniger Geld zur Verfügung, ja. Also es ist ein gemischtes Bild irgendwie. Es gibt schon einige, die sagen, als Kooperative haben wir weniger Ressourcen als kapitalistische Organisationen. Es gibt wenige, die sagen, wir haben mehr. Es gibt 40%, die sagen, wir haben gleich viel. Aber sie sagen, das Entscheidende für uns ist die demokratische Organisationsform. Und das heißt, das Problem ist schon auch die Ressourcenfrage irgendwie. Da brauchen wir neue Lösungen. Aber wenn es große Netzwerke geben, wo öffentlich-rechtliche Organisationen, inklusive öffentlich-rechtlicher Medien, aber auch andere öffentliche Organisationen wie Universitäten, Bibliotheken, Museen und so weiter, wenn die mit Genossenschaften zusammenarbeiten, dann könnte man ja Ressourcen poolen irgendwie auch. Also ich denke, so eine alternative Plattform kann idealerweise als Kooperationsprojekt entstehen. Und so ein Prinzip der Genossenschaften ist ja auch, dass es Kooperation zwischen Kooperativen geben soll. Das sollte man vielleicht auswerten, auch die Kooperation mit öffentlichen Institutionen. Es sollte stärker öffentliche Mittel für derartige Projekte geben. Also ich denke, das zentrale Problem ist halt, es ist sehr gut, demokratisch zu wirtschaften irgendwie. Aber die Ressourcenfrage, man muss an die politische Ökonomie denken irgendwie. Wie kann man diese kleinen, schönen, demokratischen Projekte, wie kann man die höher skalieren irgendwie. Ich denke, es ist halt zu wenig, klein und demokratisch zu sein, weil schlussendlich verschwindet man dann irgendwie. Es ist auch nicht befriedigend, prekäre, selbstausbräuterische Arbeit zu machen. Aber mit der Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen könnte das gut funktionieren. Jetzt darf man aber auch öffentliche Institutionen inklusive öffentlich-rechtlicher Medien, sollte man auch nicht idealisieren irgendwie. Ich sehe das durchwegs kritisch. Und natürlich gibt es Probleme bei öffentlich-rechtlichen Medien. Also in Deutschland zum Beispiel der Korruptionsskandal beim RBB mit Patricia Schlesinger hat ja irgendwie aufgezeigt, da gibt es schon Probleme, da würden irgendwie Rundfunkbeiträge auch veruntreut irgendwie. Also ich denke, das Problem mancher öffentlicher Institutionen ist, wenn sie sich in Bürokratien verwandeln. Und ich denke, das passiert halt teilweise auch in öffentlichen Institutionen, dass kapitalistische Konzerne nicht, was die Eigentumsstrukturen betrifft, sondern was die Managementformen betrifft, dass die kopiert werden. Also der Managerialismus, wo schlussendlich ein Management entsteht, das total viel Macht hat irgendwie, und alle Entscheidungen darüber, wie Ressourcen verwendet werden, treffen. Das ist halt auch korruptionsanfällig. Also wenn öffentliche Institutionen zu riesigen bürokratischen Maschinen werden, dann entstehen da Probleme irgendwie. Und da können öffentlich-rechtliche Medien, was die Governance betrifft und die Entscheidungsmechanismus, können sie von dieser demokratischen Kultur, von Kooperativen und Genossenschaften eigentlich total viel lernen. Also eben diese Idee von selbstverwalteten Unternehmen ist eine tolle Idee irgendwie. Und ich würde mir wünschen, dass öffentlich-rechtliche Medien stärker so in ihrer Governance funktionieren, dass sie demokratisch verwaltet werden. In dem Sinn, natürlich, das sind große Organisationen, die brauchen irgendwie ein Management irgendwie auch, aber es sollte eben mehr Mitspracherecht einerseits der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Medienorganisationen geben und andererseits des Publikums und der Beitragszahler und Zahlerinnen. Es ist halt so, dass Fernsehräte und Verwaltungsräte und so weiter bei öffentlich-rechtlichen Medien, die werden halt von bestimmten Gruppen, die schicken da Vertreter rein irgendwie. Unter anderem auch Landesregierungen und Bundesregierungen. Ja, aber wenn jetzt eine Partei sehr wichtig ist in Landes- und Bundesregierungen, kann sie da auch sehr viele Vertreter hineinschicken. Ich denke, es wäre halt wichtig, dass Journalisten und Journalistinnen und Angestellte, Betriebsräte, dass die einen signifikanten Teil dieser Gremien bestellen können. Und manche dieser Räte in diesen Entscheidungsgremien sollten halt auch durch das Publikum, das die Gebühren bezahlt, gewählt werden. Also man sollte diese Strukturen, diese Governance-Strukturen stärker partizipativ gestalten. Ich denke, es ist zu bürokratisch. Also ich denke, schlussendlich ist das Problem, öffentlich-rechtliche Medien, dass sie zum Teil große bürokratische Maschinen sind, die den Manageralismus, also die Management-Strukturen von Großkonzernen kopieren. Und die Idee der Öffentlichkeit ist doch auch, nicht nur, dass wir gute Inhalte produzieren, die die Demokratie fördern und den Bürgern und Bürgerinnen politische Auseinandersetzung ermöglichen und Kommunikation, den öffentlichen Diskurs, sondern in der Idee der Öffentlichkeit, so wie Habermas das ja irgendwie vor 60 Jahren formuliert hat, da steckt doch irgendwie auch die demokratische Idee der demokratischen Organisationsform irgendwie drinnen. Also öffentliche Organisationen sollten auch demokratisch organisiert sein irgendwie. Und wenn es jetzt ein nicht gewähltes Management gibt, dessen Macht sich entkoppelt von der Basis, dann entstehen dadurch Probleme und Korruptionspotenzial etc. Also das ist wirklich etwas, eigentlich müsste man auch die, man müsste sozusagen die Idee der selbstverwaltenden Unternehmen in die öffentlichen Institutionen stärker integrieren. Also so, dass wirklich öffentlich-rechtliche Medien schlussendlich eigentlich zu Medien- und Plattform-Kooperativen werden, was ihre Governance betrifft. Und das Publikum und die Leute, die dort angestellt sind, die sollten eine viel höhere Rolle beim Management haben. Also ich mag den Begriff Management eigentlich nicht, weil überall, wo es Management gibt, gibt es eigentlich eine Hierarchie zwischen den Arbeitern und Arbeitenden einerseits und den Managern und Managerinnen andererseits. Also Management ist eigentlich immer eine Art Klassenverhältnis zwischen den Managern und Managerinnen, die die Entscheidungsmacht haben und den Arbeitern und Arbeiterinnen, die die Arbeit machen irgendwie. Und bei Medien spielt halt auch das Publikum irgendwie eine Rolle. Und ich denke halt, diese Idee der demokratischen Selbstverwaltung ist eine Idee für die Zukunft auch öffentlich-rechtlicher Medien. Und ich finde diese Idee sehr fruchtbar von Public Commons Partnerships. Ich glaube, das ist die Zukunft für die Medien, die Organisationsform der Medien, für die politische Ökonomie der Medien und auch für die Etablierung von Alternativen zum Plattformkapitalismus. Also ich hätte jetzt auch noch sicher einiges zu sagen, eben zur Frage der politischen Einflussnahme auf öffentlich-rechtliche Medien, weil ich wohne ja in Österreich und da ist das notorisch Thema und da kann man in keiner Form davon sprechen, dass das irgendwie dieses Ideal sozusagen auch schafft einzulösen, von dem Sie gesprochen hatten. Aber nachdem wir ein bisschen jetzt hier auch nur ein begrenztes Zeitfenster haben, würde ich gerne noch zu einer Frage kommen, die für mich sehr interessant ist, auch gerade in Bezug auf Ihr eigenes Arbeiten. Und zwar, es gab da eine Passage in einem Ihrer Vorträge, in der Sie darauf eingehen, dass Sie zu Beginn Ihrer Karriere einen Fokus auf Fragen der Selbstorganisation gelegt haben. Und diesen Fokus, den haben Sie dann verworfen, da Ihnen dieser Zugang letztlich als zu anschlussfähig an neoliberale Politiken erschien. Und können Sie jetzt vielleicht uns ein wenig erläutern, womit Sie sich da in dieser Phase Ihres Schaffens beschäftigt haben und warum Sie sich davon abgewandt haben? Ich frage das auch nicht zuletzt, weil hier in Future Histories in verschiedenen Gesprächen, zum Beispiel mit Simon Schaub zu radikaler Demokratie und Kybernetik oder auch mit Thomas Swan zu Anarchist Cybernetics wahrscheinlich sehr ähnliche Potenziale ausgelotet werden, wie Sie es zu Beginn Ihrer Karriere eben auch getan haben. Und in diesen Gesprächen, nur um das auch gesagt zu haben, geht es dann natürlich nicht um eine unkritische Bejahung, sondern ich würde eher sagen, um eine kritische Aneignung und auch Neubefragung dieser Form der Selbstorganisation. Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen mit dem Feld der Selbstorganisation ein bisschen erläutern und auffächern. Also an sich ist es ja so, dass Selbstorganisation als Selbstverwaltung verstanden hat etwas mit der Frage zu tun, wie wir demokratische Organisationsformen etablieren können. Wir haben ja schon über die Genossenschaften und so weiter gesprochen, die sind ja quasi selbst organisiert im Sinn von selbst verwaltet. Oder auch progressive soziale Bewegungen, sind auch so Glaswurzelbewegungen, die von unten kommen. Und mich hat interessiert eben unter anderem auch, wie diese Logik der Selbstorganisation der Menschen in der Politik einerseits, also Protestbewegungen, und in der Wirtschaft andererseits im Sinne einer selbstorganisierten, selbstverwalteten Alternativökonomie, wie das funktioniert irgendwie. Und da finde ich eigentlich den Begriff der Selbstorganisation auch brauchbar und verwendbar im Sinne von Selbstorganisation der Subjekte. Und natürlich so die Idee mit der alternativen Kybernetik und wie könnte eine sozialistische Wirtschaft organisiert werden, baut ja eigentlich auch auf diese Idee der Selbstverwaltung auf irgendwie. Also wir wissen sozusagen, der Staatssozialismus, der kein Sozialismus war irgendwie, sondern ein Staatskapitalismus in der Sowjetunion, ist ja unter anderem daran gescheitert, dass die Fünfjahrespläne zentralistisch organisiert werden. Und jetzt könnte man sich ja diese Utopien, die es ja gibt, über eine alternative sozialistische Ökonomie, bauen ja eigentlich auf aus einer Idee der dezentralen Selbstverwaltung. Also dass es auch Genossenschaften oder Unternehmen gibt, in denen produziert wird. Und die Frage ist aber, wie kann man sozusagen einerseits den Bedarf erheben, der real in der Gesellschaft dasteht, und wie kann man die Produktion koordinieren. Und vernetzt über Computer kann man ja eigentlich den Bedarf erheben über einen gewissen Zeitraum. Also wenn jeder ein Interface zu Hause hat, wo er eintippt, wie viele Eier brauche ich im nächsten Monat und wie viel Milch, dann kann man das ja aggregieren für eine gesamte Gesellschaft und weiß den dezentral erhobenen Gesamtbedarf. Gleichzeitig kann man auch erheben, also ich denke, man braucht eigentlich keinen Markt dazu mehr. Also ich denke, eben der dezentral organisierte, selbstverwaltete Computersozialismus hat das Potenzial jenseits des Marktes zu operieren. Der kann auch auf dem markischen Prinzip in der Produktion aufsetzen, dass einerseits jeder nach seinen Bedürfnissen bekommt, unabhängig von Markt und Leistung, und dass auch jeder nach seinen Fähigkeiten tätig ist. Wenn jeder nach seinen Fähigkeiten tätig ist, dann gemeinsam mit anderen, dann gibt es halt Produktionseinheiten, Unternehmen, die selbst verwaltet sind, wo die Menschen frei tätig sind. Da braucht man auch keinen Lohn dann dazu. Die Frage ist halt, wie viel Arbeitskraft haben sie zur Verfügung, wie viele Stunden, wie hoch ist das Produktivitätsniveau. Dadurch kann man ja auch, wenn das dezentral vernetzt ist, berechnen, wie viel können die pro Monat oder pro Zeiteinheit produzieren. Das heißt, dezentrale Produktion, dezentrale Bedarfserhebung, das Ganze wird über Computertechnologien geplant. Dazu brauche ich keinen Markt irgendwie. Also ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass dezentraler Sozialismus, Computersozialismus, das Potenzial hat, den Markt auszuhebeln, dass wir keinen Markt mehr brauchen. Dadurch brauchen wir auch keine Warenform mehr und keine Lohnarbeit. Und dadurch entsteht halt eine Gesellschaft, Sozialismus, der auf diesem Marx'schen Prinzip, der jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen oder ihren Bedürfnissen organisiert sein kann. Ich denke, es gibt aber auch Ansätze, die sich das so vorstellen, dass Computersozialismus, der zwar dezentral ist, eigentlich so eine Art marktwirtschaftlicher Sozialismus ist. Also dass man eigentlich eine Art Plan entwickelt irgendwie und dass der Markt besser organisiert wird. Aber ich denke, eigentlich durch Computerisierung und kombiniert mit Sozialismus wird eigentlich der Markt überflüssig. Und ich würde sogar sagen, so wie Adorno und andere, das sehen irgendwie, der Tauschwert, da ist ein Problem an sich. Überall, wo es Märkte und Tausch gibt, entsteht ungleiche Verteilung und Ungerechtigkeit schlussendlich irgendwie. Also ich denke, es geht schon darum, schlussendlich den Markt irgendwie zu überwinden. Und nur in ganz kleiner Form sehen wir das ja auch, dass dort, wo es die Digital Commons gibt, es einfach das Potenzial gibt, dass wir keinen Markt mehr brauchen, sondern Güter frei verteilen können irgendwie. Und jetzt kann man sich überlegen, dass man das extrapoliert, nicht nur von Gütern, die digital und nicht stofflich sind, sondern hin auch zu physischen Produkten, Lebensmitteln und so weiter. Also das sind Themen, die mich immer interessiert haben in Bezug auf Selbstorganisation. Ich habe dazu dann auch begonnen, wissenschaftlich zu arbeiten. Also zu Beginn meiner Karriere, als ich noch Diplomarbeit und Dissertation geschrieben habe an der TU Wien, habe ich gemeinsam gearbeitet mit meinem Doktorvater Wolfgang Hofkirchner. Der kommt irgendwie aus der marxistischen Theorie und aus der dialektischen Philosophie und hat versucht, diese dialektische, hegelische Philosophie zu kombinieren mit Theorien der Selbstorganisation. Also jetzt wissenschaftlichen Theorien der Selbstorganisation, so Vertreter wie in der Physik und in der Chemie, Ilja Prigogin oder Hermann Haken oder in der Biologie, Maturana, Varela, in der Gesellschaftswissenschaft waren das ja Leute wie Niklas Luhmann und so weiter. Und da hat sich quasi die Frage aufgetan, wir haben ein Forschungsprojekt gehabt, von der EU finanziert, das hat geheißen Human Strategies in Complexity. Das war auch so mein erster Job irgendwie nach dem Doktorat, da als Forschungsassistent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, und da habe ich eigentlich versucht, so diese Theorie der Selbstorganisation mit marxistischer Theorie und hegelischer Philosophie zu kombinieren, weil es nämlich so zwischen dieser Sprache der Theorie der Selbstorganisation und der hegelischen Philosophie gibt es eigentlich so Parallelen. Also da werden halt so Begriffe verwendet wie Emergenz oder die Entstehung von Ordnung aus Unordnung. Und das entspricht so ziemlich der hegelischen Idee der Aufhebung. Also Emergenz quasi in einem Bifurkationspunkt ist eigentlich sowas wie dreifache Aufhebung bei Hegel, wo zugleich eine Eliminierung, eine Bewahrung und ein Höherheben stattfindet. Davon war ich eigentlich ziemlich beeinflusst und habe versucht, marxische Theorie, hegelische Theorie und das Vokabular der Systemtheorie und diesen Begriff der Selbstorganisation zu kombinieren. Mir hat besonders dabei interessiert all diese Aspekte der Digitalisierung, diese Alternativen, wie können wir die theoretisieren irgendwie. Gleichzeitig habe ich aber daraus auch eine Kritik entwickelt an den gesellschaftstheoretischen Ansätzen in der Selbstorganisationstheorie. Aber zunächst muss man mal sagen, dass einiges dieser Selbstorganisationstheorie, der Kybernetik zweiter Ordnung, baut eigentlich auf dem radikalen Konstruktivismus auf. Und ich halte den radikalen Konstruktivismus für einen solipsistischen Ansatz, wo es eigentlich schlussendlich keine Wahrheit mehr gibt. Und der radikale Konstruktivismus kann nicht die Frage beantworten, woher nehmt ihr die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Und ich denke sehr wohl, dass es Wahrheiten gibt irgendwie. Aber das ist eine epistemologische Frage. Das große Problem ist, dass es konservative Gesellschaftstheoretiker und Wirtschaftstheoretiker gibt, wie Friedrich Hayek und Niklas Luhmann, die diesen Begriff der Selbstorganisation nicht in Bezug auf die Menschen und die Subjekte verwenden. Also ich verstehe mich halt als marxistischer Humanist, und Selbstorganisation bedeutet für mich so das Glaswurzelorganisationsweise, die von unten durch die Menschen kommt. Bei Luhmann ist es aber so, da gibt es ja im sozialen System gar keine Menschen mehr, sondern das System organisiert sich selbst. Also es ist Systemtheorie und nicht Subjekttheorie. Genauso bei Hayek, der Markt organisiert sich selbst. Der spricht ja von der spontanen Ordnung. Ja, dass Märkte sind spontane Ordnungen. Und sobald der Staat irgendwie versucht, Märkte zu regulieren, dann entstehen die Probleme. Also schlussendlich argumentiert Hayek und auch Milton Friedman, der auf Hayek aufbaut und die ganze Chicago-Schule der Wirtschaftstheorie, argumentieren für Neoliberalismus auf Basis der Selbstorganisationstheorie. Bei Luhmann ist das nicht so ganz deutlich irgendwie, aber schlussendlich hat das dieselben Konsequenzen eigentlich, weil wenn Luhmann sagt, soziale Systeme sind selbst reproduzierend, eigentlich baut er auf dem Begriff der Autopoesis von Maturane und Varela auf. Der kommt ja aus der Biologie und aus der Kognitionsforschung. Und er sagt, das, was sich aber reproduziert, sind Kommunikationen, produzieren immer mehr Kommunikationen. Das führt zu funktional differenzierten sozialen Systemen in der Gesellschaft und die sind autonom voneinander. Die interagieren zwar irgendwie, aber eigentlich operieren sie autonom voneinander. Die Wirtschaft ist ein selbstorganisierendes System, die Politik ist eines, die Kultur. Und Probleme entstehen immer dann, wenn ein System versucht, das andere zu lenken und zu steuern. Führt also auch zu der Schlussfolgerung, gute Gesellschaftsentwicklung gibt es nur dann, wenn Politik und Ökonomie getrennt sind. Und das widerspricht zu meinem Verständnis von politischer Ökonomie. So wie das bei Marx der Fall ist. Das Ökonomische ist politisch und das Politische ist ökonomisch. Jetzt gibt es natürlich auch kritische Theoretiker und Theoretikerinnen, die haben versucht, Luhmann progressiv zu entwickeln und mit Marx zu kombinieren. Also Bob Cessop in der Politikwissenschaft und Soziologie in Großbritannien hat das gemacht. Das führt aber sehr oft zu sehr funktionalistischen und strukturalistischen Ansätzen, wo sich eben nur das System selbst organisiert und nicht das Subjekt. Und daher, ich denke, wenn man eben Selbstorganisation als systemisches Phänomen versteht, dann führt es, glaube ich, zu Problemen. Aber wenn man es als Subjektphänomen versteht, also bei Luhmann ist alles ständig selbst organisiert, die gesamte Gesellschaft. Ich würde sagen, wenn man es aber subjektzentriert versteht, dann sind gewisse Phänomene in der Gesellschaft, können selbst organisiert werden. Die Protestbewegungen, die von unten wachsen, irgendwie im Protest gegen eine Mülldeponie, die irgendwo hingebaut wird oder gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung und so weiter. Oder die selbstverwalteten Unternehmen, die von unten organisiert werden. Das ist dann Selbstorganisation, also quasi Selbstorganisation als demokratisch-sozialistische Praxis. Das ist mein Selbstorganisationsbegriff. Aber ich sehe keine Ansatzpunkte heute, um das mit der Systemtheorie zu verbinden. Also ich denke, Systemtheorie ist eigentlich eine konservative, strukturbewahrende Theorie. Und über die sollten wir eigentlich hinausgehen. Ich habe auch nie verstanden, warum Luhmann in der deutschsprachigen Gesellschaftswissenschaft so bekannt geworden ist und so einflussreich geworden ist, auch in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Denn wie international kennt man ihn ja eigentlich kaum irgendwie. Natürlich haben andere Leute dann irgendwie versucht, auch Luhmann weiterzuentwickeln. Und es gibt jetzt auch Theorien und Konzepte des Kapitalismus, die eher kritisch argumentieren, die auch versuchen, auf Luhmann aufzubauen irgendwie. Für meinen gesellschafts-theoretischen Ansatz sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, mich da auf Luhmann zu beziehen, positiv. Oder auch auf Hayek schon gar nicht irgendwie. Weil ich denke, es ist halt eine Idee der funktionalen Differenzierung, separiert halt die Teilsysteme der Gesellschaft. In Wahrheit sind sie halt miteinander dialektisch verbunden. Und ich finde einfach die hegelische Sprache, die hegelische dialektische Logik, auf der sich auch der philosophische Marx eine Theorie aufgebaut hat und die ganze Tradition des hegelianischen Marxismus, also die Idee der Dialektik als das Phänomene sind zugleich verbunden, aber auch getrennt, das finde ich viel, viel versprechender und darauf versuche ich aufzubauen. Aber gleichwohl denke ich, dass die Idee der Selbstorganisation als Glaswurzelbewegung von unten, ja, die ist etwas, das ist politisch und theoretisch sehr fruchtbar und sehr wichtig heute. Weil das nämlich, also Letzteres, das wäre ja auch das, was zum Beispiel jemand wie Thomas Wann, den ich zu Gast hatte, mit seiner Anarchist-Cybernetics halt betonen würde. Also das ist sein Anliegen quasi. Und er baut da wiederum dann eben nicht auf Luhmann oder so auf, sondern zieht da, was ja in linken Kreisen scheint mir, wenn auf die Kognitiv bezogen wird, eher der Fall zu sein, zieht dann Stafford Beers Bible System Design quasi hinzu, um damit sozusagen Formen der Selbstorganisation zu denken, die dann eben nicht als geschlossene Systeme fungieren, sondern wo es dezidiert darum geht, zum Beispiel auch eben Systementscheidungen demokratisch adressierbar zu machen quasi. Das ist sozusagen dann in seinem Fall, glaube ich, die Punchline mehr oder minder. Ja, also Stafford Beer war ja dann als Berater da irgendwie auch tätig irgendwie, als man so Experimente mit Computersozialismus unter Allende gemacht hat irgendwie. Ja, diese Experimente irgendwie und auch die Utopien, die daraus entstanden sind, ja, die halte ich für sehr wichtig irgendwie. Ich würde es halt nicht als kybernetischen Anarchismus bezeichnen, sondern für mich ist es dezentraler demokratischer Sozialismus. Wunderbar. Ich stelle einem jeden Gast noch eine letzte Frage und die lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ich weiß nicht, ich denke, in der heutigen Gesellschaftssituation bin ich eigentlich eher pessimistisch als optimistisch. Also ich denke, wenn es so weitergeht wie bisher, dass autoritäre rechte Bewegungen und Parteien immer dominanter werden, denke ich, dann steuern wir auf den dritten Weltkrieg eigentlich zu. Ja, das, was mich optimistisch stimmt, ist, dass gesellschaftliche Entwicklung ist nicht determiniert irgendwie. Die Menschen haben die Fähigkeiten, Ideologie zu durchblicken irgendwie, sich auch selbst zu organisieren, kollektiv in Klassenkämpfen und gesellschaftlichen Kämpfen, in denen sie Herrschaft und Ausbeutung in Frage stellen. Ja, also ich denke, die Menschen haben eben Fertigkeiten, die Fähigkeit zur kollektiven Organisation im Protest gegen Herrschaft und Ausbeutung. Gleichwohl denke ich ja, die Widersprüche in der Gesellschaft sind halt immer tiefer geworden jetzt. Und einerseits haben wir große Möglichkeiten und könnten technisch gesehen, was die Produktivkräfte betrifft, könnten wir morgen einen demokratischen, dezentralen Sozialismus global einführen. Was jetzt die Subjekte und die reale politische Entwicklung betrifft, sind wir eigentlich sehr weit entfernt davon irgendwie. Also ich denke, die politische Aufgabe heute ist mal primär, einen neuen Faschismus und einen neuen Weltkrieg zu verhindern irgendwie. Aber da halte ich es halt dann schlussendlich mit Gramsci, der geschrieben hat, ja, was wir brauchen ist Nüchternkeit in so einer Krisensituation und Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Wunderbar. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter www.jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf www.patreon.com-futurehistories oder auch via Spender auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalapsis zu finden auf metalapsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.